Digitalisierung. Überall präsent, ständig in Bewegung und dabei nie ganz abgeschlossen. Sie betrifft alle im gleichen Maß. Firmen, Organisationen, Bildungseinrichtungen. Niemand, auch wirklich niemand, kann sich mehr vor ihr verstecken. Egal wo wir arbeiten, wir sehen uns ständig davon betroffen, dass wir unsere Arbeitsweise verbessern sollen. Prozesse sollen digital und kundenzentriert sein. Ganze Organisationen müssen agil funktionieren und wir Menschen. Wir sehen uns in der Mitte gefangen. Als Herausgeber stellten wir die Frage, wie machen es wohl die großen Player? Wie agieren KMUs und was können wir von den großen Playern lernen? Antworten hierauf gibt es im Neuen das Handbuch der digitalen Kompetenzentwicklung. Zusammen mit ExpertInnen sowie ForscherInnen der Bereiche der digitalen Transformation, Kompetenzentwicklung und Innovationsmanagement entstand ein Handbuch mit dem Anspruch, das Standardwerk auf seinem Gebiet zu sein. Das Buch vereint für Sie verschiedene praktische Perspektiven, geleitet durch Erfahrungen aus 14 Ländern und unterstützt von Inhalten von Bildungsinstituten sowie Geschichten von MacherInnen aus verschiedenen Industrie- und Finanzbranchen. Beginnen Sie also gleich heute mit Ihrer eigenen Reise in Ihre digitale Zukunft.